Hallo zusammen. Bei einem Training in Bettburg habe ich eine kleine Aufgabe gelegt bekommen. Die für mich wichtigen Inhalte des Startrituals habe ich rausgeschnitten und beteiligte Teilnehmer verpixelt. Der Startbereich ist mehrfach von uns allen belaufen worden. Krümel zeigt mir eine No-Send-Indification, kurz NSI, und ich muss darauf handeln. Ich führe sie eng am linken Bein und gehe den Startbereich erneut ab. Dabei kontrolliert sie die vorhandenen Geruchsspuren. Konzentriert verfolgt sie etwas. Dafür gebe ich Leine, damit ich ihr Verhalten nicht störe. Gerade in diesen Situationen ist ein schnelles Nachgehen an einer kurzen Leine der falsche Impuls. Je nach Selbstständigkeit des Hundes mache ich unnötige Meter in eine mögliche falsche Richtung. Ich selber weiß, erschwerend, wo wir überall gewesen sind. Eine sichere Aufnahme des Trails ist noch nicht erfolgt. Es folgen Florian Negative, ein kurzer Headturn, und es geht auf die Wiese. Dann zeigt Krümel ein deutliches Einklinken, und wir haben nach dem vorherigen Ausarbeiten und Differenzieren den Trail aufgenommen. Sofort erhöht sich der Zug auf der Leine. Mit tiefer Nase verfolgt sie die gelaufene Spur. Windschatten und Sonne beeinflussen die Geruchsverteilung. Die Ausarbeitung einer Geruchsspur verläuft bei uns nie geradlinig und in exakten Winkeln. Es gibt Verwehungen durch die atmosphärischen Einflüsse, die unsere Hunde prüfen, und anschließend Hinweise zu dem Verlauf wie auch der Intensität des wahrgenommenen Geruchs geben. Das sehen wir an dem gezeigten Cutback hinter den Mülltonnen. In Richtung des Gebäudes war der Geruch nicht mehr so intensiv. Erst auf der Straße zeigt uns Krümel den eigentlichen Verlauf. Da kommt wieder ein deutlicher Zug auf die Leine. Die Ausarbeitung ist zielstrebig und fokussiert. Leichte Flogen Negative sind zu sehen. Deutlicher werden diese auf dem geflasterten Weg am Gebäude. Freie Flächen, enge Wege und Untergrundwechsel machen es interessant, sich auf den Hund einzulassen und seiner Arbeit kompromisslos zu folgen. Informationen, was Krümel wie und wo wahrnimmt, bekomme ich nur an der langen Leine. Auf der folgenden Wiesnfläche kann ich sie durch ein schnelleres Tempo gut in ihrer Arbeit unterschnützen und belohnen. Für mich wichtig ist ihr Interesse, mit tiefem Kopf dem Geruch zu folgen. Nimmt sie den Geruch anders wahr, verändert sich die Kopfhaltung. Tempo und Zielstrebigkeit wie auch Fokussierung lassen deutlich nach. Alles zusammen ist ein Lernprozess, der Struktur und Grundlagen braucht. In diesem Zusammenspiel kann ich am Ende der Leine an den unterschiedlichsten Örtlichkeiten die Fähigkeiten des Hundes nutzen. Das Tempo, der Zug auf der Leine, atmosphärische Einflüsse verändern sich stetig. Ablenkung, starke Nebengeräusche und vieles mehr sind Faktoren, die den Hund stören. Wie schon erwähnt, es braucht Struktur. Der Hund soll sicher der präsentierten Geruchsspur folgen. Sich nicht ablenken lassen und zu gesuchten Personen finden. Da gehört einiges an Vorbereitung und infolge vieler Trainings das Wichtigste, den Hund in seiner Art verstehen und lesen.